Moin Moin aus Norwegen. Natürlich, wo sollten wir sonst sein? Schweden ist noch weit entfernt. Andreas und ich werden gleich hier diesen Strand ein bisschen sauber machen. Und das Verrückte ist, gestern Nacht saß Andreas hier draußen und da ist ein Luchs vorbeigekommen. Ein 40 Kilo schwerer Luchs. Ich habe es natürlich nicht gesehen. Er muss riesig gewesen sein. Andreas hat auf ein Foto geschossen, aber da war er schon in Bewegung und ist dort hinten zwischen den Häusern verschwunden. Es gibt nur noch 400 Luchse in Norwegen. Ist das nicht verrückt? Und hier gibt es leider viel mehr Plastikmüll als Luchse. Viel, viel mehr und deswegen räumen wir auf. Da hinten seht ihr auch noch was. Ja, hier wird es eine Menge geben. Schaut euch das an. Ich kann die Tüte kaum noch heben. Wir schätzen so ungefähr 6,5 Kilo würde ich sagen. Und das landet jetzt nicht mehr als Mikroplastik. in unseren Mägen. Hupp! Gesammelt und vernichtet. Alles? Passt noch? Andreas und ich haben gewaschen. Und er sagt gerade, saß die Klamotten. Wir haben den Trockner geschmissen. Und es passt alles noch. Da steht unser Zelt. Da steht Andreas. Da! Ja! 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 Ja!